Auch dieses Jahr wieder Livestream bei den bayerischen Einzelmeisterschaften in Neumarkt. Und das Schöne daran ist, die Aufnahmen werden dann auch ins Internet gestellt, auf YouTube. Zu finden auf dem YouTube Kanal des ASV Neumarkt Tischtennis. Und da gibt es also stundenlang tollen, absoluten Spitzensport. Sehr professionell gemacht. Und da ist dann der Schauplatz des Geschehens. Am heutigen Sonntag, 22. Januar 2023. Der Tag beginnt mit Viertelfinalspielen im Doppel. Doppel. Während sich die Haaren und die Champions im anderen halben Eck einspielen. An diesem Tisch eine ehemalige Vereinskollegin von mir, die auch immer noch bei uns trainiert. Beim CVR im Unterarsbach-Kleiner-Vort von Fürth. Und ja, Bücher. Hat so ca. 1800 plus noch was TDR-Wert. An der Seite von Johanna Dietrich. Die Tochter von Gertni Dietrich. Regensburger Tischtennis. Dynastie. So muss es heißen. Ich merke, das ist noch früh am Morgen und die Nacht war nicht ganz so wie im Bett zu Hause. Also in Regensburg gab es schon zu meiner Zeit, Mitte, Ende der 60er Jahre, großartige Spieler, Jugendspieler, Nachwuchsspieler. Hohel und Sitzmann waren da zwei ausragende Akteure, die auch in Deutschland ganz vorne waren. Aber das läuft nicht gut für die Royer. Das war zu erwarten. Wenn das hier verloren geht, und das wird wohl so sein. 0,1 und 1,8 liegt sie hinten bei ihrem eigenen Aufschlag mit ihrer Partnerin. Aber vielleicht wird dieses Video mal eine tolle Erinnerung an sie, wenn diese junge Dame hier eventuell Karriere gemacht hat. Die ist glaube ich erst 15 oder noch nicht mal 15, wie auch immer. Heißt Kohura Ikakagi. Mit der Startnummer 53, wann ich mir ja ein Video entdeckt, wo ich auch von ihr rede, aber die Startnummer 76 zu sehen ist, das war ein Irrtum. Das war auch eine Dame mit Asiatisch-Look, also japanischen Look, aber nicht verwandt und nicht verschwägert glaube ich. Obwohl es da einiges gibt an Itagakis, durch den jetzigen Trainer des TSV Bad Königshofen. Heute spielen sie in der ersten Bundesliga gegen Ochsenhausen. Kutschi Itagaki. Da spielen einige Kinder sehr gutes Tischtennis, siehst du wohl, wie talentiert ist sie. Und schon in jungen Jahren ganz oben auch in der deutschen Rangliste. Den Namen darf man sich also merken. Der Bruder spielt dritte Bundesliga-Hahn in der Feldricht, wo ich ihn ab und zu auch mal filmen kann. Wird auch immer stärker. Zu viel Unterschnitt und dann geht er ans Netz und raus. 3-0 wäre natürlich jetzt mal wichtig gewesen, um mal wenigstens in diesen dritten Satz gut reinzukommen. Aber wie gesagt, das weiß die Rangler selbst, dass das eine fast unlösbare Aufgabe ist. Spiele übrigens dritte Damen-Bundesliga vorne glaube ich und ersatzweise dann zweite Damen-Bundesliga hinten. Hinten, aber auch das ist keine sichere Angabe. Du weißt genau, wie sind wir mit Stasugel oder sich den Livestream anschauen. Denn sie spielt im Fürstenfeld und die haben seit dieser Saison einen Livestream für ihre Spiele. Ja, die Partnerin gilt es noch zu erwähnen von Kohura Itagaki. Auch kein unbeschriebenes Platz. Die Tochter von Cornelia Faltermeyer, ehemalige deutsche Spitzenspielerin. Von glaube ich die 80er, hoffentlich mache ich sie da nicht zu alt. Ich habe sie da jedenfalls selber noch persönlich spielen sehen. Und wenn mal was kam, dann gab es eventuell sogar wenige Sekunden im Fernsehen. Und das Tischtennis ist ja nun nicht der Sport, der im Fernsehen ganz groß rauskommt. Schöne Rückhand. Hochgezwirbelt. Hochgezwirbelt. Natürlich kein Problem für die Gegnerin, aber der Punkt kommt trotzdem. Aber ich weiß, das ist nicht ihre Lieblingsdisziplin. Vor fünf, sechs Jahren hat sie ja noch ab und zu mit mir trainiert. Und ich bin ja auch so mehr der Schnippler, der Jobber. Und habe speziell, wenn ich mit ihr trainiert habe, natürlich vereinbart, und kontern kannst du mit den anderen trainieren und viel viel besser trainieren mit mir, wie man gegen Schnitt spielt. Aber das hat man entweder drauf oder hat es nicht drauf. Da gibt es manche, die sind gar nicht so gut, aber ziehen dir jeden Schnippel bei um die Ohren. Und manche, die sind viel besser als du, aber haben eben diese Probleme mit. Mit dem Unterschnitt. Hat sie stark reagiert, Johanna Dietrich. Erst den Netzball. Relativ kontrolliert. Und jetzt soll er rüber und dann auch schön schnell töpfen. Schade um den. Das wäre ein Satzball-Evan gewesen. Wollt aber nicht auf den Tisch. Ja, die Gegner einfach einen Tick zu sicher. Selbst wenn Richard Dietrich ihre besten Bälle auspacken, ist er noch lange kein Punkt gemacht. Aber den hat sie verhaftet, möglicherweise irgendwie mit was weiß ich, worum sie sich dann entschuldigt. Es gibt ja auch den seltsamen Brauch mittlerweile, dass Spieler sich entschuldigen, wenn sie einen Elfmeter gut treffen. Am übelsten ist, wenn sie Spieler entschuldigen, weil sie einen guten Ball spielen. Also ich empfinde das dann schon eher als demütig, aber nicht als höflich. Ja, Ronja, du bist schuld. Du hast den letzten versemmelt. Der lag doch. Gestern habe ich Johanna Dietrich ein paar Mal in wichtigen Endphasen gesehen, wo ich den subjektiven Eindruck hatte, die Nerven haben geflattert. Und diesmal war sie die Nervenstärke, auf jeden Fall. Vielleicht war das auch gestern so, und ich habe das falsch blottet. Ja, die liebe Ronja, damit hat sie nur noch eine Aufgabe bei diesen bayerischen Einzelmeisterschaften außer zuschauen. Nämlich den Kameramann wieder heil nach Hause bringen. Deswegen an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön für den Service. Sie ist seit neun Seniorenbetreuer für Reinhard Steinbecher. Und das hat sie perfekt gelöst. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich das von der Krankenkasse ersetzt kriege. Ja! Ja!